Ich liebe Tennis. Tennis wird aber oft nur in Verbindung gebracht mit aggressiven Spielern und Frauen in Röcken. Ich bin leider weder eine heiße Frau in einem Rock, noch kann ich es mir leisten, meine Schläge kaputt zu machen. Die sind teuer, aber eine Challenge kann ich machen. Ich muss diese Dose mit einem Aufschlag treffen. Das einzige Problem ist, ich habe nur zwei Versuche. Let's go. Anstatt jetzt aber nach zwei Versuchen direkt auszurasten und aufzugeben, habe ich einfach weitergemacht.